So, jetzt gehen wir erst mit zum Babs, weil der wollte uns ja irgendwie mit den Gedichten nicht helfen oder er wollte erst helfen, dann irgendwie wieder nicht und ich habe gesagt, ich kriege das alleine hin und dann sollte ich ja zum Papa gehen, zu seinem Daddy hier, sobald ich irgendwie ein cooles Gedicht habe und vielleicht müssen wir das jetzt da irgendwie klar machen und hoffen, dass da der Dichter über die Wand ist. Die Wand ist einfach nur so ein verstecktes Mikrofon. Na gut, dann gucken wir mal. Äh, ich weiß jetzt, alles klar. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Hä? Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen? Na was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das ruhend. Er hat mir sogar den Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Okay, soll ich jetzt den Anzug anziehen? Wenn ja, wo? Ich müsste nach Hause, ne? Ähm, ja, lass es uns einfach probieren, ehe wir jetzt unten reingehen und dann wieder zurück müssen. Tüt, 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 tüt. Äh, Industriegebiet. Nein, hier Docks. Das verwirrt mich jedes Mal, dass es ja dann erst sich weiter nach da bewegt. So wie jetzt, genau. So. Hab ich hier sowas wie einen Kleideschrank? Ja, wie abgeranzt. Guck mal, die Bong ist kaputt. Hier, es gibt hier aber nichts zu machen. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Draußen ist dunkel und da, guck mal, da ist hell. Die Maus ist immer weg bei Animation. So, und zwar... Ja, eigentlich... Wir brauchen doch nur hier zurück, oder? Genau. Dann haben wir das Restaurant. Probieren wir es erstmal ohne Anzug. Im Gadget Shop war ich auch schon lange nicht mehr drin. Tü-dü-m. Hi. Du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Sag, du hast Hunger? Okay. Ist das dein Ernst? Du verhungerst lieber? Okay. Tschüss. Warte hier. Ist gut, das erhöht. Eine klasse Frau. Jetzt aber. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Hm. Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich hab mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freu mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Ach, Rufus. Warum kommt sie nicht? Oh, guck mal, wie er aussieht. Ah. Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Geil. Romantik und Blumen am Popo. Er kann was erleben. Paps? Amas, ey. Oh. Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl. Vor allem das Grab für die Seebestattung. Spuren eines Dates. Der hat sich doch wohl nicht an meine Freundin rangemacht. Bei dem ist... Die ist ja... Die hat ja nur was vergessen. Die sind ja eigentlich schon zusammen, ne? Ich hätte vielleicht doch erst Teil 1 zocken sollen. Dieser Halunke. Dieser Halunke. Dieser Halunke. Halunke. Dieser Halunke. Klingt wie Harald Junke. So, und jetzt? Warte mal. Nein, nein, nein. Oh, okay. Hier sind sie nicht. Hätte ja sein können. Aber, was haben wir denn hier schon? Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Okay. Nimm's mit. Hab auch ne Idee, was man dann machen könnte. Aber ich guck hier erstmal. Der ist ja nicht da, ne? Was ist das für ein Knopf? Nix geht. Okay, wir gehen runter. Zum Dichter. Und hoffen, dass wir dem dann, äh... Dazwischen funken können. Indem wir halt irgendeinen Mist erzählen. Und er denkt, der Dichter schlägt das vor. Piep, piep. Nest. Erd-Schnabeltier ist wohl vorerst von der Spei... Ja. Genau. Wir kommen aber weiter, Leute. Wenn man nicht ganz dicht ist... Muss man eben Dichter werden. Klopf, klopf. Hm. Du. Ah ja, hier, guck. Ich müsste mir mal dein Funkgerät ausbauen. Niemals. Ach, komm schon. Von Dichter zu Dichter. Ich bin Dichter. Du hingegen bist nicht einmal ganz dicht. Aber... Nein. Wie war das gleich? Du brauchst... So ist... Hm. Hm, okay. Was kann ich denn machen, um den da... Mach's gut. Gelass mich. Nehmen wir das Funkgerät, Memo. Nein. 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 Was ist? Du, ich hab ja noch was gefunden. Ein letztes. Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein Funkgerät. Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk mich ab. Und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsen-News. Also, Crane. Okay. Wenn man nicht... Ich quatsche direkt nochmal an, ob da irgendwas anderes ist. Du schon. Alles klar. Tschüss. Genau. Lass mich. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Funkgerät? Hallo? Paps? Rufus. Bist du das? Gehe sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof. Gehe einfach aus der Leitung. Okay? Du störst. Wie schon damals. Als ich gezeugt wurde, oder wann? Schreib es mir doch bitte nicht. Nehme es einfach. Ja. Was machen wir denn jetzt damit? Hallo? Rufus. Ich so viel. Ah. 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 Wer kann denn mal durch das... Probier uns einfach an allen Leuten aus. Ich habe jetzt keine Idee. Vielleicht höchstens der, der so hässlich singt. Der Gondiliero. Er hat eine Harke. Er sollte wunschlos... Ja, okay. Bum, 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 bum. Das ist alles, was ich habe. Bist du eine kleine Büffone? Sobald ich das nachgeschlagen habe, gibt es richtig Ärger. Ah, das klappt nicht. Warte, wir gehen einfach mal in die Scheune. Oder den Strom ausstellen, aber es bringt ja nichts. Ich habe ja das Funkgerät da. Hä? Nein, ach Quatsch, hier sind die ja nicht. Boah. Ich probiere es mal beim Bozo. Oh. Und wenn du weiter so frech bist, kannst du noch länger drauf warten. Ah, das ist irgendwie auch keine Schlüsselfigur hier. Ich glaube nicht bei den anderen. Das zeige ich ihm lieber nicht. Am Ende... Wenn ich schon hier bin, oder? Können wir auch gleich alle durchklicken. Denkst du jemanden, der sich mit sowas hier... Hm. Huh. Keine Ahnung. Mit Schrott kennt sich hier eigentlich jeder gleich gut aus. Alles klar. Der hier. Lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Ein dreifaches Heiho auf unsere fleißigen Freunde, die Kleinverdiener. Das ist aber nicht nett. Überhaupt nicht. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich auch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Offizielle Turnierfinger. Haben wir nicht. Oh nein, nein, nein. Weiterspielen. Sorry. Da will ich hin. So. Die haben wir abgecheckt. Vielleicht... Oh, bitte nicht. Ich probiere es beim Angler. Oder der Doktor. Doktor. Doktor, Doktor Sunshine. Der könnte vielleicht helfen. Aber ich glaube auch nicht, dass der Angler irgendwie hier was reißen kann. Wie wäre es mit einem weiteren... Du hast schon den Tiger und gefühlte... Was willst du denn? Hast du Bargeld? Verzieh dich. Hast du Bargeld dabei zum Gadget Shop? Warte mal, ich gehe rein. Ich gehe rein. Wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind und es ist der letzte, der übrig bleibt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Warte, der hatte so komische Stimme gehabt, oder? Oh krass, hier gibt es ja voll Zeug. Bananen-Entkrümmer. Oh geil. Wird ja auch Zeit, dass den mal... Und was ist das hier? Was sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Es tut mir sehr laber, bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausströcken und... Ach, Mann. Ist ja schon gut. Lottomart. Schredder. Antischwerkraftsocken-Saftpressenhut. Eine sehr gute Bitte vergessen Sie nicht, die Waage zurück an Ihrem Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Als ob. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Haha, geil. Au. Haha. Hä? Das ist ja voll cool. Jetzt können wir uns das mitnehmen und... Ähm... Sonst wäre ich ja gar nicht da dran gekommen. Nice. Runter. Jetzt. Au. Watz. Hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen. Haha. Saftpressenhut. Und Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Was die mir bringt? Keine Ahnung. Shop-Romat. Ich wollte doch hier das blöde Funkgerät ausprobieren. Na, hallo. Da wählt das nicht immer aus. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt. Allerdings. Die Socken bitte im Hinterkopf behalten. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Haha. Null. Ja. Ich... Ich tue mal nichts rein. Hä? Wie er guckt? Und? Es tut mir sehr leid. Mein Herr. Aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut. Das ist aber doof. Das hätte ich gern mitgenommen. Müssen wir uns merken, was da war.